Und heute sind wir hier, wie ihr schon seht, im wunderschönen Haus Auenseen, Leipzig. Guck mal, schönes, altes Gebäude. Und spielen da jetzt dann sozusagen den Abschluss von der Rutsche, unsere zweite Show mit Rise Against. Oh, guck mal, da ist schon Abfahrt, seht ihr? Da hauen die schon ab da hinten mit ihren Gitarren und so. Akustikgitarren, denn wir spielen jetzt einen kleinen Akustik-Gig. Gig, finde ich immer so geil. Wir machen einen gig, fetten Gig. Wir spielen einen Akustikauftritt im Highfield-Laden. Guck mal, inklusive Lightshow. Ein Kommentar zur Lage? Super war das. Ich frage mich manchmal, warum machen wir das eigentlich nicht öfter? Wir kommen irgendwie nicht drauf, das zu machen, aber wir können das echt mal öfter machen. Das ist einfach super so. Sieht geil aus, so rot angestrahlt. Ja, ich hab einfach so eine rote Lampe in die Fresse geblieben. Nicht schlecht. So, kleine Randnotiz. Ich bin wirklich nicht mehr so geschickt mit der Kamera im Umgang. Nachdem ich sie gestern den ganzen Tag im Bus hab liegen lassen und nicht mehr wusste, wo der Bus ist und nicht gefilmt habe, ist eben gerade Folgendes passiert. Das ist unser Wechselraum und jetzt Alex hatte die Speicherkarte von der Kamera, um was da runter zu holen. Sitzt da, ich sitze hier. So, schmeißt mir den wieder rüber. Ich wollte ihn fangen und hab mir irgendwie auch gedacht, ich wehre ihn einfach mehr oder weniger ab und klatscht das Ding so hoch, um es an die Decke zu klatschen. Nichts da, Decke. Genau hinter mir. Das einzige Fenster, das auf ist, ist natürlich genau hinter mir. Und jetzt ist es, jetzt ist das Ding hier irgendwo gelandet und ich weiß nicht wo. Und wir versuchen jetzt, die Leute vom Haus irgendwie zu fragen, wie man auf dieses Dach, möglichst durch die Tür da, äh, die, da möglichst raus, dass man hier gucken kann. Und wenn dem nämlich nicht so ist, also wenn wir das Ding nicht wiederfinden, ist das Filmmaterial von vier Tagen weg. Ja, ich kann jetzt... Juhu! Juhu! Na, was ist es denn wert? Genau, alles. Alles. Da ist sie wieder. Nichts, ist rot. Von, von da. Oh, jetzt die Kamera hinterher schmeißen am besten noch. Wieder hier, in der Kamera drin. Und ich kann wieder weiter filmen. Danke nochmal an den netten Hausmenschen. Ist es Hausmeister oder ist er einfach nur ein... Schiffsmeister! Ein Schiffsmeister vom Haus. Ja. Ich kann wiederum. Ach, ich kann wiederum. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020